Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feindem-Podcast, Episode 337. Ich bin Jörn Schaar und Gesche ist es nicht. Ich bin es nicht. Zum Glück. Ja, wir haben einen Special Guest heute und es ist nicht Gesche. Nein? Nein, es ist Lexi. Lexi, hallo. Hallo. Für alle, die in den letzten 14 Tagen unter einem Stein gelebt haben, Twitter abstinent waren. Es gibt jetzt einen neuen Hund in unserem Leben und er heißt Lexi. Also sie. Sie. Der Hund. Die Hündin. Ja. Bereust jetzt schon, dass ich hier bin, ne? Nein, mein Schatz, nein, nie. Ja, was ist Lexi denn so für eine Gesche? Erzähl doch mal. Die Menschen wollen das wissen in diesem Internet. Sie ist ein Superhund. Hat sie ein Cape? Nein. Dann ist sie leider kein Superhund. Wir sind nicht so dafür, Hunde zu verkleiden. Nee, das sind wir nicht. Lexi ist auch ohne Cape ein Superhund. Okay, wie äußert sich das? Sie guckt immer so. Tatsächlich ist es einfach so, dass der Hund eigentlich nichts kann. Sie kennt halt doch wahrscheinlich nichts. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sie kann keinen Sitz, sie kann keinen Platz, sie kann kein alleine bleiben. Sie kann keine, sie kann, wie heißt das, wenn man so Treppen gehen? Mit den Fingern so in der Luft rumfummeln? Ich habe eindeutige Treppen-Gehbewegungen. Nee, das war alles aber nicht eindeutig und schon gar keine Treppen-Gehbewegung. Doch, guck mal. Das hätte auch Marionette-Spielen sein können. Meine Finger gehen eine Treppe hoch. Ja, aber doch nicht in einem halben Meter Höhe immer so rauf und runter. Das ist aber auch so wie ein Marionette-Spielen. Soll ich jetzt insgesamt noch was über Lexi erzählen? Bitte gern. Mir gefällt dein ironischer Unterton nicht. Ja, dann lässt es. Ich habe auch wieder mit Golf angefangen. Okay. Oh. Also, wir hatten ja einen Hund bis vor zwei Monaten. Und dann habe ich gesagt, wir warten erst mal, bis wir uns wieder einen Hund holen. Na, erst mal, erst mal keinen Hund. Und dann habe ich einfach nur so ein bisschen auf den Seiten von Zypern-Pfoten und Zypern-Hunden geguckt. Und dann war da leider eine kleine Lexi. Ja, mit, so ähnlich hat das ja schon mal angefangen mit Hund. Na ja, als wir Molly damals hatten, haben wir sie ja als Pflegehund erst aufgenommen und sind dann auf wundervolle Art Pflegestellenversager geworden. Und diesmal habe ich mir dann gedacht, den Umweg machen wir gar nicht erst. Wir tun gar nicht so, als ob wir einen Hund wieder weggeben könnten. Ja, und dann ging das relativ zügig, dass wir jetzt am Freitag nach Hamburg gefahren sind. Ganz aufregend zum Geschäftsfliegerzentrum vom Hamburger Flughafen. Denn da ist Lexi gelandet. Genau. In einem Privatjet. Ja, natürlich. Darunter machen wir es nicht. So Linienflug oder so. Nee, das muss schon der Privatjet sein. Economy am Ende. Genau, tatsächlich ging das relativ schnell. Im Dezember haben wir, glaube ich, ich glaube am 28. Dezember haben wir die Zusage bekommen. Und genau, das läuft ganz schön immer bei Zypern-Pfoten e.V. war das diesmal. Molly kam ja auch aus Zypern. Und das sind ganz tolle Vereine, die da arbeiten. Und tatsächlich hatten wir vorher schon einen anderen Hund angefragt. Und da hat sich im Gespräch dann aber herausgestellt, dass das nicht so passen würde. Und ich finde das ganz toll bei diesem Verein, weil die wirklich sehr verantwortungsvoll arbeiten. Und wirklich eben ganz in Ruhe mit einem reden und gemeinsam herausfinden, ob der Hund, auf den man ein Auge geworfen hat, auch zu einem passt. So, dass Familie und Hund auch miteinander glücklich werden könnten. Und genau, wie gesagt, bei einem Hund mussten wir dann so wieder leider Abstand nehmen davon. Und dann ist mir die kleine Lexi aufgefallen. Also virtuell zugelaufen? Virtuell zugelaufen quasi. Und wir haben ja, also ich habe vor allem gezielt wieder nach älteren Hunden geguckt. Molly war damals neun Jahre alt, als sie zu uns gekommen ist. Und ich finde es einfach schön, einem älteren Hund die Chance zu geben. Und wir brauchen jetzt auch keinen so kleinen, wuseligen Welpen oder so. Nee, echt nicht. Das ist Unternehmen, Pubertät und alles. Da haben wir keine Lust drauf. Da haben wir keinen Bock drauf, genau. Und dann haben die angerufen. Da haben wir es alles besprochen. Und ja, dann sagten sie, das passt ganz gut. Und da mussten wir ein bisschen noch warten auf den Flieger, weil das Privatflugzeug in der Wartung war. Und jetzt ist sie am Freitag angekommen. Wir sind zum Flughafen gefahren. Wie war das? Aufregend war das. Wir sind falsch abgebogen. Und dann hat einer gehupt. Gott, oh Gott, oh Gott. Da war was los in Hamburg. Junge, Junge, Junge. Tatsächlich sind 14 Hunde an diesem Freitag angekommen mit dem Flieger. Wir haben die aber nicht alle gesehen. Ich hatte noch einen Termin vorher und deswegen sind wir ein bisschen später dazu gekommen. Das war aber alles organisiert vom Verein, dass jemand da war, der sich in der Zwischenzeit um Lexi gekümmert hat. Und ja, und wir kamen da an und dann war da ein kleiner Hund. Ja, streng genommen ja mehrere. Also waren ja noch zwei. Ja. Die waren stressig. Die waren viel zu wuselig. Ja, und dann dauerte das gar nicht lange, bis wir am Ende ins Auto gestiegen sind mit dem Hund auf der Rückbank und der Gyschi auf der Rückbank. Und dann sind wir wieder nach Hause gekarkelt. Sie war halt von Anfang an mega verschmust. Ich habe mich dann ja so zu ihr gesetzt da auf dem Boden und sie war ganz ruhig und einfach so mit dem Kopf angekommen und wollte die ganze Zeit bekuschelt werden. Zuckersüß. Ja, und das hat ja auch nicht wirklich aufgehört bis jetzt. Und jetzt ist sie halt seit, heute ist Sonntag, zwei Tage bei uns. Quasi genau 48 Stunden jetzt. Das ist verrückt. Haben wir ausreichend darüber gesprochen, was sie für ein Hund ist? Sie ist, ach nee, genau. Aber was wir vielleicht über sie wussten vorher und noch nicht wussten, das könnte ich nochmal erzählen. Von ihrem Profil quasi auf Zypernpfoten wussten wir, dass man relativ wenig über sie weiß. Sie saß auf Zypern in der Tötungsstation. Das ist so, also ihr müsst euch vorstellen, dass ein Tierheim oder Shelter auf Zypern schon nicht so gut ist wie ein Tierheim hier, weil da einfach viel zu viele Hunde sind und die Shelter meistens einfach von Privatleuten betrieben werden. Und von dem, ich weiß gar nicht, Kommunen, Staat, was auch immer, werden halt diese Tötungsstationen betrieben. Und da werden die Hunde im Endeffekt zwei Wochen verwahrt. Und wenn sie dann nicht rausgeholt werden, dann werden sie umgebracht. Das ist das Konzept von Tötungsstationen. Und genau, Lexi saß in so einer Tötungsstation. Wir wissen aber nicht, wie sie da hingekommen ist. Ob sie vorher auf der Straße war, ob sie da abgegeben wurde. Das wird doch nicht dokumentiert. Nö, weiß ich nicht, keine Ahnung. Offenbar nicht. Auf jeden Fall hatte sie eben das Glück gehabt, dass sie von den Tierschützern aus der Tötung rausgeholt wurde, nachdem sie ihre zwei Wochen abgesessen hatte. Und dann da ja ins Tierheim gekommen ist. Und dort war sie seit Oktober. Und die gehen oder gehen davon aus, dass sie jemand zu Hause gehabt hat, weil sie sehr menschenbezogen ist und sehr verschmust ist. Vom Alter her wird sie auf ungefähr acht Jahre geschätzt. Genau, das ist so das, was man wusste. Und uns wurde vorher schon gesagt, dass alleine bleiben ein Thema bei ihr sein wird, wahrscheinlich. Also, dass sie nicht gut alleine bleiben kann, weil sie eben sehr anhänglich ist. Das ist so eine Baustelle, an der wir jetzt anfangen werden zu arbeiten. Und sie ist auch leider ehrlich Hose positiv getestet. Und das wurde uns natürlich auch vorher mitgeteilt. Genau, hat aber ihre erste Antibiotika-Behandlung da schon bekommen. Und da müssen wir gucken, hoffentlich, dass das dann gut im Griff ist. Wer nicht interessiert, was das ist, guckt einfach unter Mittelmeerkrankheiten. Da findet ihr alles über Ehrlich Hose. Ich mache einfach einen Link in die Shownotes. Das kann man ja auch immer machen bei diesem Podcast. Genau. Also sie ist ein kleiner, alter, kranker Hund, der nicht gut alleine bleiben kann, aber ein zauberhaftes Wesen ist. Und sie kann nichts. Sie kennt offenbar kein Spielen. Also ich wollte mit ihr spielen, mit einem Ball oder irgendwas, sie ein bisschen ermuntern. Sie kennt das offensichtlich nicht. Sie kennt keine Kommandos. Sie kannte, wie gesagt, kein Treppen gehen. Aber Sofa kannte sie. Sofa, ja. Zumindest hat sie intuitiv das Prinzip von auf Sofa springen verstanden. Das ist ja auch eine Leistung. Fernsehen konnte sie nicht. Das war spannend. Aber sie hat schon viel gelernt für zwei Tage. Ja. Ich fand, also sie sprang auf Sofa, der Fernseher ging an oder war an. Ich weiß nicht. Und ich fand, sie hat reagiert wie eine Katze. Ja. Eine Katze, die auf irgendwas nicht klarkommt, die sitzt auch so da und guckt so. Ich dachte, diese Katzen, hast du in den Videos, wo dir so eine Gurke hingelegt wird und die dann so. Das hat sie ja nicht gemacht. Sondern sie hat halt so den, so immer so ein bisschen so geguckt und den Kopf nochmal so, so ein bisschen runtergenommen. Und dann ist sie nochmal aufgestanden, ist ein bisschen weggegangen, hat sich wieder hingesetzt und nochmal so. Ja, sie ist schon richtig erst mal fast aus dem Zimmer rausgegangen, als der Fernseher an war. Aber dann auch auf der Couch hat sie sich ja auch nochmal so hin und her bewegt in einem relativ kleinen Rahmen. Und ich habe das Gefühl, sie hatte so eine Katzenassoziation. Vielleicht ist sie mit Katzen aufgewachsen. Vielleicht denkt sie, sie ist eine Katze. Ich glaube nicht. Ja, aber weil ich zum Glück Stunden und Tage lang It's Me or the Dog gebinge-watched habe auf YouTube, habe ich einfach meine innere Victoria Stilwell gechannelt und habe das Fernsehthema schon mal gut hinbekommen. Das stimmt. Es gab nämlich tatsächlich eine Folge bei It's Me or the Dog, wo der Hund Probleme mit Fernsehen hatte. Hat sie gelöst. Hat sie gelöst, habe ich nachgemacht. Paff, paff, paff. Es ist relativ trivial, einfach zwischendurch Standbild anmachen. Solange bis der Hund sich dran gewöhnt hat. Ja. Kurz laufen lassen, wieder Standbild anmachen. Und das hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert. Ich habe den Ton noch ein bisschen leiser gemacht. Und ich glaube, zehn, 15 Minuten und der Hund lag entspannt neben mir auf dem Sofa, als ich Fernsehen geguckt habe. Ja, und ihr habt die ganze Nacht durch. Ihr habt am Ende gemeinsam auf dem Sofa geschlafen. Ja, sie durfte dann später zu mir aufs Sofa hoppsen. Also auch zum Schlafen. Die ganze Zeit auf dem Sofa. Wir schlafen dann, ja. Genau. Das hat sie schon gelernt. Und Treppen hochgehen. Arbeiten wir auch dran. Ja, klappt ja wie eine Eins eigentlich. Ja, ein bisschen Leckerli und Mut machen noch. Echt? Na ja, also. Wie kommt sie so hinter dir? Ja, sie ist einfach hinter dir hin. Ja, natürlich. Echt, ne? Meinst du, ich fange hier mit Leckerli an? Nix. Weil bei mir ist sie eben nicht so gekommen. Ja, weil sie weiß, dass es Leckerli gibt. Schlau ist der Hund. Ja, sie ist leider schlau. Ja. Molly war ja ein bisschen dumm. Stumpf. Ja. Vielleicht das Richtige. Ja, dieser Hund ist ein bisschen schlauer. Und sonst? Was war noch am Wochenende? Wir haben versucht, ein Geschirr für sie zu kaufen. Wir haben versucht, ein Geschirr für sie zu kaufen. Und das war, im Laden sah es gut aus. Also fanden wir. Fanden wir. Aber andererseits haben wir halt auch das nur im Sitzen anprobiert. Nee, im Stehen sind die Hunde gestanden. Ja, der Hund hat gestanden. Du hast ja gesessen. Und wir hätten einfach mal vielleicht ein paar Schritte mit dir gehen sollen. Ein bisschen Beratung wäre schön gewesen. Ja, wir sind ein bisschen gegangen, aber offensichtlich nicht genug. Ja. Denn? Denn sie flutscht da raus mit dem Vorderlauf. Sie ist echt klein. Ja. Sie ist noch kleiner, als man denkt. Also sie ist ja sowieso schon mehr so eine halbe Portion im Vergleich zu Molly. Ziemlich genau die Hälfte, ja. Ja. Und das ging, das war überraschend schnell, dass sie da so rausflutschte. Man kriegt sie auch wieder reingeflutscht. So, sie macht das ja mit. Sie wehrt sich nicht. Da ist sie wieder anders als Molly. Molly hätte da irgendwie, glaube ich, mehr. Stress mit gehabt. Ja, aber auch das geht ja. Richtig. Genau. Morgen kaufen wir halt ein neues Geschirr. Das wird super. Ja, am Anfang muss sich immer alles bisher noch zurechtdruckeln. Genau. So viel zum Thema Hund. Sie hat Geschenke schon bekommen. Das stimmt. Oh ja, das müssen wir unbedingt erzählen. Du erzählst von der Post vielleicht. Naja, das war nämlich so, dass wir Samstag, also wir hatten sie ja Freitagabend abgeholt vom Flughafen. Und Samstag Mittag klingelt das an der Tür, steht der DHL-Bote da und fragt, wer ist denn Lexi Schar? Ich sage, das ist unser Hund. Ja, ich habe hier ein Paket für Lexi Schar. Er ist ja erst seit gestern Abend bei uns. Das weiß doch fast noch gar keiner. Ja, stellt sich raus. Gibt dann doch ein paar Leute, die das schon wissen und die super Hundemenschen sind und insgesamt sehr super sind. Und die nicht nur ein Paket geschickt haben, sondern auch noch im Auftrag ihres eigenen Hundes eine Postkarte. Also das war ganz toll, haben wir uns sehr gefreut. Die Kokosstangen haben wir schon angebrochen, kam schon gut an. Aber da merkt man, dass die lieben Menschen, die uns das geschickt haben, einen größeren Hund haben, das ist alles in groß gedacht. Naja, nun. Mit diesen normalen Stangen, ich muss sie so klein machen für sie, damit es nicht so viel auf einmal ist. Dann hält es länger. Ja, genau. Und heute hat Lexi noch einmal ein Geschenk bekommen. Kann ich das erzählen auch? Klar. Das ist ja dein Podcast auf eine Art. Das stimmt. Endlich siehst du das ein. Danke. Aber danke, dass ich so viele Gastspiele bei dir haben darf. Ja, manchmal musst du einfach übernehmen. Fast acht Jahre. Ich habe versucht, das etwas zu anonymisieren von einer Person aus meiner Gemeinde, mit der ich im Rahmen einer Beerdigung Kontakt hatte. Der habe ich auch von einem Hund erzählt, weil wir darauf zu sprechen kamen, weil in der Familie auch ein Hund war. Und die Person war irgendwie ganz begeistert davon. Und es war, ja, keine Ahnung, es war einfach so nett. Und heute war die Person im Gottesdienst bei uns zur Abkündigung. Und kamen dann an mit einer Dankeschön-Karte für die Beerdigung und einem Päckchen für Lexi mit Spielzeug und Leckerlis. Das ist also ganz schön beeindruckend. Das war wirklich niedlich. Also, mich auch irgendwie berührt. Hunde verbinden Menschen. Das ist so. Zumal da jetzt auch ja der Deal besteht, dass ich die Person einmal mit dem Hund zusammen besuchen soll, darf, werde. Wobei, ich heute einen schönen Tweet las von Kiki, die geschrieben hat, alle Hunde sind Therapiehunde, einige von ihnen arbeiten aber undercover. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube auch, Lexi wird ein guter Seelsorgehund. Pastoralhund. Ja. Ja. Das wird super. Genau. Ja. Willst du deinen Besuch hier noch weiter fortsetzen? Willst du mich los sein? Nein. Ich frage nur, ob wir kurz eine Pause machen zum Schneiden. Du warst Golf spielen? Ja. Ich hatte ja jetzt ein bisschen eine Zwangspause nach der OP. Und jetzt habe ich dann mit leichtem Wintertraining wieder angefangen auf dem Pitchinggrün. Habe ein paar Bälle geschlagen, so ungefähr eine Stunde. Und siehe da. Wie viele Bälle schlägt man dann so in einer Stunde? Ja, das ist ja unterschiedlich. Ehrlich gesagt habe ich die gar nicht gezählt, weil unser Golfplatz nämlich so cool ist, dass für die Übungsanlage ist, es solche Taschen gibt, wo Bälle drin sind. Und kann man einfach nehmen zum Üben, solange man sie danach wieder zusammensammelt und die Tasche wieder hinhängt. Also muss man nicht weder seine eigenen Bälle benutzen, noch welche kaufen. Ja, und wenn du von irgendwas genug hast, dann Golfbälle. Ja, das stimmt. Aber die sind ja für auf dem Platz. Sind das andere? Oh, okay. Aber das kann ja immer sein, also das ist ja das, was an so einer Überanlage mal passieren kann, ist ja, dass so ein Ball dann auch irgendwie in die Hecke geht oder über den Zaun auf die Straße. Du meinst zehn Eimer Golfbälle, die du gesammelt hast, sind... Das macht doch nichts. Nee, ist gut, dass da... Die sind auf dem Platz. Okay. Nee, wenn das die auf dem Platz sind. Ja. Die fühlen sich sonst ja auch vielleicht ganz unwohl, wenn die auf einmal auf dem Pitching-Green... Also die von der Pitching-Anlage, die sind ja auch pink. Und die von der Driving-Range sind gelb. Die sind pink? Ja, damit man die besser wiederfinden kann. Ja. Witzig. Und meine Bälle sind ja weiß. Und dann gehören die gar nicht dazu. Nee. Du stehst ja doof da als Ball. Wenn dann... Rollst du da rum. So, genau. Ja. Dann habe ich mich wieder in so einem Schwurbelsumpf rumgetrieben. Und da geht tatsächlich gerade eine Sprachnachricht rum, wonach vermehrt Tests auf dem Markt sind, die ab Werk positiv sind. Und das finde ich so krass. Also das zeigt wieder, wie sinnlos es ist, mit solchen Leuten zu diskutieren, weil die halt für alles irgendwie eine Erklärung haben. Die erklären halt einfach die hohen Inzidenzen dadurch, dass eben ab Werk positive Tests verkauft werden. Und dass man sich besser gar nicht mehr testen soll. Wer? Ja. Also natürlich vollkommen unbelegt und es gibt auch überhaupt keinen Hinweis. Aber hier haben die eigentliche Frage ist, ja. Na? Warum bist du im Schwurbelsumpf überhaupt nicht? Ja, so wie man sich so Meerschweinchen anguckt. Was? Gucke ich auch manchmal in so eine Telegram-Gruppe rein. Aber Meerschweinchen sind total süß und tun niemandem was. Ja, das stimmt. Das sind die nicht. Das ist ein fieser Vergleich. Vor allem den Meerschweinchen gegenüber. Den Meerschweinchen, ja. Genau. Also so wie man sich sehr böse Meerschweinchen anguckt. Es gibt einfach keine bösen Meerschweinchen. Was? Die beißen doch drauf. Warum hast du Meerschweinchen zu sehr? Warum? Warum? Ach, ich weiß ja auch nicht. Aber das Schöne ist, es gibt ja auch was Gutes. Es gibt ja tatsächlich auch gute Menschen auf der Welt. Zum Beispiel war ich neulich in Kiel und hatte mir zum Abendessen so ein bisschen Sushi geholt und hab dann gemerkt nach dem Essen, dass ich noch einen Pudding brauche. Da bin ich nochmal nach nebenan gegangen in den Supermarkt. Du bist echt nochmal losgegangen für einen Pudding. Ja, genau. So ein Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Richtig. Und hab halt so ein Fertigpudding aus so einem Plastikbecher geholt und hab dummerweise erst an der Kasse gemerkt, dass ich das Portemonnaie vergessen hatte. Wollen wir darüber reden, wie oft dir das schon passiert ist? Dafür, dass du immer sagst, bei mir muss alles seinen Platz haben. Du suchst immer dein Portemonnaie. Das würde mir nicht passieren, denn bei mir hat alles seinen Platz. Ich weiß nicht, wie oft du schon zurückgekommen bist, weil die Einkäufe an der Kasse auf dich warteten, weil du erst dein Portemonnaie noch holen musstest. Ja, weil ich ab und zu das Portemonnaie aus der Tasche nehme. Entweder, weil es unangenehm ist, draufzusitzen. Oder wie in diesem konkreten Fall, dass wir nämlich Videotelefoniert haben und ich dir meinen neuen Büroschlüssel zeigen wollte. Und dann lag das neben dem Jörn auf dem Tisch und das ist ja das, weil alles seinen Platz hat, überprüfe ich nicht immer, ob alles an seinem Platz ist. Aber du hast das doch in deiner Hosentasche sogar. Das muss man auch merken. Ja, nicht immer. Also ich suche immer mein Portemonnaie, aber ich habe noch nie ohne Portemonnaie am Supermarkt gestanden. Mit leerem Konto und blödem Gesicht, ja. Ja, das war an der Tankstelle und das ist auch lange her. Da musste ich mich auslösen lassen. Aber noch nie ohne Portemonnaie. Ja. Ich stand jedenfalls bei Rewe an der Kasse mit so einem Schokopudding. Und ohne Portemonnaie. Und war ganz niedergeschlagen und habe gesagt, sorry, ich habe das Geld vergessen, ich muss nochmal zurück. Und zwei Wartende hinter mir sagte einer, ach was soll das denn, den einen Pudding, den spendiere ich dir. Kostet ja nicht so viel. Das fand ich richtig gut. Sweet. Es gibt auch noch gute Menschen auf der Welt. Und das ist in Norddeutschland sogar. Das ist in Norddeutschland. Sagt man doch mal, die sind so unfreundlich. Wortkarg. Hat der wirklich gesagt, hier, der eine Pudding, den spendiere ich dir, das kostet ja nicht so viel? Ja, der war auch erkennbar kein Norddeutscher. Der war sehr geschwächtig danach. Ich glaube, der wollte einfach nur nicht warten, weil das Problem ist ja an Supermarktkassen, dass nicht jeder so einen Storno-Vorgang durchführen kann. Das ist doch nicht schlecht. Das kann doch sein. Der war schon dabei, den Marktleiter zu rufen, wegen Storno. Aber jetzt. Aber nee, ist ja supergeile Geste, warum er es gemacht hat, ist ja scheißegal. Und ob dir das nicht norddeutsch genug war auch. Der hat Nächstenliebe gemacht. Nicht aus Ungeduld, bin ich mir ganz sicher. Das Stichwort heißt Pudding Bro im Kieler Supermarkt auf Johanns Liste. So heißt auch die Kapitelmarke. Und du weißt, wenn man was Gutes bekommen hat, ist es am besten, man gibt es weiter. Ach, das ist der gleiche Name wie für die Kapitelmarken? Ja. Oh, schlau, ey. Da muss ich euch dir gar nicht vorlegen. Also wenn man was Gutes bekommen hat, ist es immer weitergeben, Glücksprinzip mäßig. Aber ich wollte den Pudding jetzt nicht weitergeben. Spread the pudding. Das war meiner, ich brauchte den. Du kannst zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, einem Menschen einen Pudding geben. Ja, das mache ich. Ja. Ja, das ist der Plan. Genau, dass ich das jetzt hier schon seit acht Jahren mache, hatte ich kurz erwähnt im Nebensatz. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Am Dienstag war es so alt. Happy Birthday. Jörn Schaas von der Podcast. Happy Birthday to you. Ich habe sehr viele Glückwünsche bekommen bei Twitter, was mich enorm gefreut hat. Vielen Dank. Wow. Und Jörn Schaas von der Podcast läuft jetzt wie alle meine Produktionen außer dem Camping Caravan Podcast auf einem ganz niegelnagelneuen Server, der nicht nur günstiger ist, sondern auch mehr Features bietet. Vielen Dank an Marcel, der mir sehr geholfen hat beim Umzug. Ich habe zwar eine ganze Menge selber hinbekommen, aber die großen Schwierigkeiten, die hat er dann gelöst und das war ganz großartig. Dann habe ich noch einen Podcast-Tipp. Ich habe nämlich einen Podcast entdeckt, übrigens auch dank Kiki. Wild Things. Genau, Wild Things. You make my heart. Ist nämlich der Podcast über Siegfried und Roy, beziehungsweise wie Roy von dem Tiger angegriffen worden ist auf offener Bühne. Der ganze Podcast geht nur darüber, wie viele Folgen. Bis jetzt vier. Okay. Und da ist halt ein Journalist, der dieser Story hinterher geht und sich auch das Leben anguckt von den beiden. Und das ist tatsächlich, die erste Folge ist schon nichts für schwache Nerven, weil die ersten fünf Minuten halt einfach nur O-Töne von Mitarbeitern sind, die an dieser Show mitgewirkt haben. Und die halt in ganz, in so einer Collage erzählen, wie sie diesen Moment erlebt haben, während sie hinter der Bühne waren und auch gar nicht direkt gesehen haben, was passiert ist, aber dass sie halt in der Umkleidekabine waren und jemand sagte, der Tiger ist ausgebrochen. Und sie sich erstmal ihre Schuhe wieder angezogen haben, falls sie wegrennen müssen. Und dann gemerkt haben, was das für eine dumme Idee ist, weil man von einem Tiger halt einfach nicht wegrennen kann. Das ist super krass. Okay, ich würde das nicht anhören. Also die ersten fünf Minuten starker Tobak, hatte ich auch ein bisschen überlegt, ob ich das wirklich jetzt so durchhören will. Aber dann ist es halt einfach sehr angenehm erzählt, klassisches Podcast, Schrägstrich Journalismus, Storytelling. Das ist einfach gut gemacht. Wie denkst du denn über Wildtiere in Gefangenschaft? Ja, sieht man ja immer wieder, dass das schief geht. Ich bin kein Fan. Und man kann ja ein Wildtier auch nicht so halten, dass es keinen Schaden davon trägt. Es gibt, glaube ich, einen Unterschied, wenn es, keine Ahnung, noch vier Nashörner gibt, dann ist es besser, wenn die in einem Zoo sind, als im Urwald oder in der Steppe, wo auch Wilderer sich rumtreiben. Denn die Wilderer-Dichte ist ja im Zoo einfach signifikant geringer. Ich bin auch tatsächlich absolut gegen Wildtiere im Zirkus. Und ich erinnere mich noch daran, wie vor vielen Jahren die Leute, die da vor Zirkussen demonstriert haben, belächelt wurden als Spinner. Und ich glaube, mittlerweile ist das ja... Naja, es gibt ja dank Corona fast keinen Zirkus mehr. Die sind ja alle kaputt gegangen. Ja, aber ich meine, die Meinung, dass Wildtiere nicht ins Zirkus gesorgt, ist, glaube ich, fast schon Mainstream-kompatibel, würde ich mal schätzen. Ja, wir hatten wenig Zeit, uns mit etwas anderem zu beschäftigen in letzter Zeit. Und auch wenig Anlass. Weil wir, also überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, würde ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall, bei Zoos bin ich ambivalent, würde ich nochmal sagen, aus genannten Gründen. Aber, apropos Wildtiere. Jörn? Ich bin kein Wildtier. Ich bin so derartig domestiziert, das stellst du dir gar nicht vor. Ich habe dir eine Überleitung gemacht zum nächsten... Ach, dieses, ja. Wir haben Wildtiere gesehen. In ihrem natürlichen Lebensraum. Habitat. Und wir haben darüber gepodcastet. Genau. Endlich haben wir es mal hinbekommen, die neue Natürlich-SH-Folge zu veröffentlichen. Es ist einfach viel zu viel passiert in der Zwischenzeit. Das ist ja eine gute Überleitung. Und du so, hä? Mann, ey, Mann. Seitdem wir sie aufgenommen haben, seitdem wir in der Fledermaus-Höhle waren, in Segeberg. Ach, Fledermäuse? Ja. Ah. Hatten wir noch nicht gesagt, glaube ich. Wir hatten das noch nicht gesagt. Das stimmt. Ja, jetzt haben wir es endlich hinbekommen und die Folge ist seit heute Nachmittag online. Sagt, wie sie heißt. Sie heißt, Badmands-Freunde sind auch unsere Freunde. Ja, das ist also eine ausgesprochene Empfehlung. Ich mag die Folge total gerne, weil unsere Experten einfach sehr cool waren und uns ganz viele tolle Sachen erzählt haben. Über Fledermäuse und über das Fledermaus-Zentrum Noctalis. Das man nicht oft genug erwähnen kann. Alle unsere Gäste müssen jetzt mit uns dahin und Fledermäuse angucken. Ja, wenn ihr nicht mit uns nach Segeberg fahrt, braucht ihr gar nicht erst hierher kommen. Könnt ihr vergessen. Ist aussichtslos dann. Und was auch noch online gegangen ist, tatsächlich am Freitag ist ein Podcast, an dem ich beteiligt war und zwar Germany What Goes, eine Audioreise durch Deutschland, produziert von Kugel und Niere für das Goethe-Institut mit Host Dana Newman. Und ja, die lässt sich halt Dinge über Städte erzählen, in denen es auch Unis gibt. Das ist, glaube ich, der Plan. Fürs Goethe-Institut. Uh, seit der Feine Herr beim Deutschlandfunk arbeitet. Nee, das war schon vorher. Das ist ähnlich lange her wie unsere Reise nach Bad Segeberg, ehrlich gesagt. Ja. Na gut. Genau, das ist jetzt also veröffentlicht. In dieser Folge ging es über Kiel und dann kommt wahrscheinlich am kommenden Freitag Flensburg raus. Dänisches Leben, also Leben an der dänischen Grenze. Das ist tatsächlich so ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil es im Podcast an manchen Stellen so ein bisschen so klingt, als würde das so nur in Flensburg stattfinden. Aber das ist ja ganz Südschleswig, also überall, wo die dänische Minderheit mit dabei ist. Aber das wäre dann zu kompliziert zu erklären gewesen. Ja. Naja, aber taucht alles auf in der Gastauftrittskoration bei FÜD. Und das war es jetzt richtig. Oder haben wir noch was? Wenn ihr daran denkt, euch einen Hund anzuschaffen, adopt, don't shop. Adopt, don't shop? Adoptieren, nicht kaufen. Ja, das reimt sich aber nicht. Aber ist trotzdem nichtsdestoweniger wichtig und richtig. Ja. Du hast sonst noch so einen Satz, den du zehnmal täglich sagst? Guck doch mal, wie süß sie ist. Ich habe am Samstag irgendwann, ich habe zu Jörn gesagt, guck doch mal, wie süß sie ist. Und da habe ich ihn gefragt, also irgendwann gefragt, wie oft ich das eigentlich sagen darf, bevor er genervt ist. Zehnmal? Ja, du hast zehnmal gesagt, obwohl die eigentliche Aussage wäre ja, vor zehnmalen wäre es war vorbei. Aber wirklich, weil ich gucke sie immer an und denke halt immer so, oh mein Gott, guck doch mal, wie süß sie ist. So einen tollen Hund gibt es dann nur im Tierschutz. So ist es. Und so einen tollen Podcast gibt es nur im freien Internet mit RSS-Feed. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Gisch und Jörn Schaas, feiner Podcast. Und Lexi. Und Lexi. Schüsseldorf. Oh, was? Nein, Jörn, nicht Schüsseldorf. Okay, San Francisco. Nein. Auf Wieder, Jörn. Tschüss, San Francisco. Ach, tschüss. Okay, tschüss.